Flint Flint! Boah! Wenn man die Strecke ein bisschen kennt, ne? Was mache ich? Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich bin wieder zurück. Heute wieder mal ein Video von mir. Und zwar geht es heute zum Geißkopf. Ich bin heute mit einem fremden Fahrrad unterwegs. Was heißt fremd? Ich leise es mir aus. Ja, genau. Jetzt sagen wir schauen uns das mal an. Let's go! Das ist quasi mein Bike ist dreimal rausgefallen hier, Mann. Rausgefallen? Ja, der hat irgendwas nicht gestimmt. Der ist maximal gemütlich. Aha. Wow. Boah, fährst du die Bremsen so? Tust du die nicht ein bisschen rausdrehen? Boah. Aber das Bike ist größer, wie meinst du? Jo. Alter, die Bremsen? Fühl ich nicht so, aber... Gönnt euch mal dieses Fahrrad, Alter. Alter, dein Fahrrad ist ja maximal geil. So. Jetzt fahren wir mal hier. Hawaii. Flo. Yo. Alter, das freut sich viel geiler wie meins. Alter. Junge, Junge, Junge. Man hat ja so einen Grip. Das ist geil. Geisteskrank. So, jetzt nehmen wir mal hier die Sprünge mit. Alter. Das macht so Laune mit dem Fahrrad. Das ist ja... Das ist geisteskrank. Ich glaube, ich weiß schon, was ich mir als nächstes Fahrrad kaufen werde, Mann. Das ist so geil, dass du so leicht bei den Wellen abziehen kannst. Das ist dann nochmal... Next Level. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier bremsen soll oder nicht. Ah, da vorne ist, glaube ich, Straße. Oh, das Stück ist geil. So Leute, ich versuche mal den Kicker. Wenn ich beim ersten Hut reinkomme, dann könnte ich den Kicker springen. Ich bin jetzt wieder auf dem Y.T. Boah, shit, Alter. Oh Gott. Oh Gott. Boah, das verhält sich aber schon anders. So. Weiter geht's. Freeride. Mit dem Y.T. So. Geht den immer schön nach links. Boah, den habe ich jetzt auch mal geschafft mitzunehmen. Einmal reintreten und rollen lassen. So. Auf die Jumps. Yo. Boah, aber das klappert schon bisschen mehr wie meins. Aber das fährt sich so geil. Yo. Ha. Leute, schreibt es mir mal in die Kommentare, ob ich mir ein Y.T. anschauen soll soll. Enduro. Weiter geht's. Freeride. Alter. Dieses Y.T. Shepard ist aber richtig durch. Da ist mein Cube leise. Aber irgendwie finde ich, dass das Wässer rollt. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Nosey, Alter. Nosey? Ja. Irgendwie. Auch nicht. Ja. Abziehen. Ja. Reinrollen, sagt er. Ja. Vielleicht noch einmal treten, dann schaffst du das. Ja. Boah. Alter. Krass. Ha. Da ist das Road Gap. Obwohl, ne. Das ist echt. Ich weiß nicht. Ja. Vielleicht nehmen wir den beim nächsten Mal mit. Wo geht's hier lang? Jawohl. Boah. Wieso umfahre ich alles? Wird nicht lost? So, das nehme ich mit. Boah. Was ist denn das, Alter? Boah. 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 Ich weiß halt nicht, was kommt. Oh blind. Blind blind. Boah. 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 Alter den schaffe ich jetzt nicht. Alter. Yo. So jetzt wieder auf meinem Bike, die Tables, beziehungsweise das ist ja auch nicht mein Bike, ich bin hier heute nur am Ausleihen. Schauen wir uns das nochmal an. Ich mach mal einen Gang leichter, machen wir das hier eh nicht so schnell. Geht das glaube ich besser. Richtig mosig. Au chillig. Sau chillig. Yo. Der Wallrider macht Geräusche alter. Yo. Alter. Wenn man die Strecke ein bisschen kennt, ne. Dann. Was mach ich? Boah. Alter. Digga da kam so ein riesiger Stein, ne. Ja ja. Und ich wusste nicht, dass es da runter geht, Digga. Ich bin so Junge. Scheiße. Shit. Also. Alter. Alter. Junge, Junge, Junge. Das war mal sketchy, Alter. Alter. Mann. Ey. Ich. Die. Meine Pedale, die sind glatteis. Ohne Witz. Freunde. Ich hab gar keinen Grip auf den Pedalen. Ohne Witz. Das ist so schlimm. Ich rutsch da wie so ein, keine Ahnung was. Junge. Boah. Freunde. Ich sag's euch. Wenn ich mein Downhill hab, ist das wahrscheinlich der erste Bikepark, wo ihr mich dann wieder seht. Safe. Yo. Alter. Alter. Hier sind so viele Steine. Yo. Ha. Geil. Boah. Huh. Biker X. Flow Jump Trail. Keine Ahnung. Fahren wir jetzt. Geht's los. Der Flow Trail. Bisschen rutschig. Ja. Aber. Den sollten wir jetzt schon hinbekommen. Wieder ein kleiner Sprung. Hup. Ha. Das check ich auch nicht. Bisschen anbremsen. Dann rein treten und abziehen. Boah. Boah. Was war das? Boah. Da hat's jemanden gelegt. Alter. Ich hab schon das Bike gesehen. Ich dachte jetzt wenn da jemand liegt, dann bin ich weg. Heilige Mutter Maria. Ja. Wenn du siehst. Ich hoffe dir geht's gut. Gute Besserung. Alter. Ich hab den Sprung noch angebremst. Alter. Schauen wir uns mal nochmal den Kicker an. Dass man anständig rüberkommt. Hallo. Ich glaub ich hab noch drauf von dir. Das war's jetzt mit der Geißkopf Session. War echt geil. Ich werd auf jeden Fall mit meinem Daumenhörer da auch nochmal hinfahren. Wird auf jeden Fall richtig wild wenn mein Dämpfer wieder kommt. Also ihr wisst auf was auf euch zukommt. Bis zum nächsten Video. Let's go. �lee Besserung. Vielen Dank.